Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Schön, dass es wieder eingeschaltet hat. Ja, Leute, wenn wir es weiter mit der Stimme her, die bin ich aktuell ganz so fit. Bisschen verkältet, aber hinter die eure drei Videos zu machen, vielleicht hört sich sehr nütziger, wenn man die ganze andere Videos mal anguckt, wo ich vielleicht bissl fitter war. Aber, ja, mein Gott, ist nicht schön, aber was willst du machen, haben wir halt darüber geistig gesagt. Ähm, wir sind unterwegs, wieder am Abtanker, wieder mit der geile Kombi mit dem Glas Sattletrack-Serion. Glas Sattletrack, ja. Äh, hinter mit Überladewagen. Und, ähm, ja, der Helfer hat jetzt schon mal seine Kreise gezogen. Bevor die Frage aufkommen, ja, funktioniert das jetzt mit Cosplay? Äh, nö, also irgendwie Cosplay und Eason definitiv keine Freunde. Ich glaube, ich bin einfach zu dämlich, das einzustellen. Aber, ich hoffe, es gibt ja das jetzt das Eif, oder halt, ich kann sich mal schon zeigen. Hier, das da, die Hegel-Extension, das ist richtig geil, lass das mal richtig Bock, das funktioniert bei mir auch mal zum Glück. Ähm, und ja, ich hab jetzt halt eingestellt, das fällt nicht in der Realität, ich bin ganz so realistisch, als bei mir in der Region macht mir Sinn. Dass der halt Bäume ums Feld drückt, aber, gut. Weil ich halt schick zum Abtrinken, ähm, da muss ich irgendwie, wie wild, das Feld bretten. Ich hab jetzt auch standen, bis er leer ist, das hat bei Cosplay also ganz so funktioniert. Ja. Ja. Wenn ihr sind, wenn ihr seid. Was ist da aber los? Ja, früher, ob ich nicht so die Gänze. Ich muss einmal machen, und ich hab jetzt halt ein Bot mit oben, ähm, ja, mit Schädel ist auch so ein bisschen, quasi, Katastrophen. Funktioniert auch nicht, wer hat's da? Ja, aber, ja, gut. Hey, muss man da mal, wie Schädel, Astro Julian, guter Nährstelle gewesen, ähm, müssen wir mal noch mal dran bestellen, weil bei mir das Nvidia-Schädel hat bei mir irgendwie ganz so funktioniert, obwohl ich Nvidia-Grafik-Karte habe, also, das sind die Voraussetzungen da, aber, irgendwie hat das nicht ganz so funktioniert, dass ich das mit den Hotkeys aufbügt habe, oder so, und dann müssen wir einfach definitiv machen und dann setzen, aber, ja, würde ich sagen, was gibt's Schlimmeres. Bei mir ist halt so, jetzt so das, dass ihr halt den Screenshot-Mod mit oben habt, da krieg ich auch Schäte da oben, Screenshot kommt gut, ich fing ja auch jetzt für YouTube, ähm, ja. Schreibt's gerne mal in den Kommentaren, ich muss auch ehrlich sagen, ich feiere die Videos schon, dass ihr eine Aufrufzahlen und auch so, auch stelle, wenn ich sie an die Likes, muss ich echt sagen, muss ich gerne echt voll fit, aber was echt mal hake, ist, sind die Kommentare, ähm, da, wer irgendwie auch Vorschläge hat, irgendwie, auch natürlich Kritik, Kritik ist immer sinnvoll, ähm, auch gerne mal da in den Kommentaren, hey, Bal, da können wir das mal durchlesen, auch können sie entspannen und weiß, ja, was bei euch so einkommt, was bei euch so einkommt, was ja, das soll vielleicht ich noch, äh, genau, ja, was ich auch noch sagen will, ist, wenn es so ist, vielleicht ein bisschen realistisch noch zogen, ähm, ja, weder für offen, können wir durchaus ausprobieren, aber ich muss halt ehrlich sagen, durch das, dass ich auch selber, Schlepperfahrpulto gefahren, ähm, ja, ist halt einfach der LS, ja, wenn ich da einfach immer kurz bissle, eher beschneidig, wie, wie das so ist, wo da passiert jetzt nix, ja, und so hat einfach auch Spaß gemacht, apropos Spaß, wir können mal auf der Kondos dann gucken, ihr seht vielleicht, die, äh, Millionen gingen, endlich mal runter, oder weniger, ähm, wir sind heute am Ende, wo wir jetzt kommen, glaube ich, in so ein Bereich, wo es kritisch werden könnte, ähm, ja, ja, aber, wir haben ja gut, von einem Inkit, wir haben jetzt immer noch umgedreht, um mal, Schlagmichtromillionen, ähm, ja, die wurden auf alle Fälle weniger, und Ziel wird es dann noch auf alle Fälle, dann auch sein, dass wir die wieder aufbauen, die Millionen, ohne Cheater, ohne nix, darum habe ich halt davor schon bei dem Stadtkapital, wir haben es geschafft, auf ein bisschen, ja, betrieben war, aber wenn man es jetzt sieht, für das, was ich jetzt halt im Fahrzeug gehabt, habe ich es einfach gebraucht, ich habe auch noch vor meinem Hof ein bisschen zuarbeitet, äh, kommt noch BGA hin, und für das ist es einfach geil, und sonst müssen wir halt irgendwie Kredite wieder aufnehmen, und dann schneiden wir es scheiße, und dann, macht wieder Kurs, 10 Ober, und dann kommen wir gleich von vorne aus, fette Kredite, oder halt ja, fette, kann man ja mit Easy Death Control, kann man so alles einstellen, und dann lauft der Hase, würde ich mir da jetzt sagen, wir fahren jetzt mal geschwind zur Malzfabrik, mit um Särme, muss auch mir kurz gucken, das ist auch geil, ich habe mir jetzt mal die Malzerei, Malzfabrik, habe ich mir extra platziert, habe jetzt weiß ich nicht mehr, wo sie ist, perfekt, okay, ich muss dann, ich durfte, was muss ich jetzt, das ist echt noch total, wenn ich durchfahre, oh gosh, okay, aber es geht bestimmt, wohlfahre, oh, eine Straße, 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 okay, ich muss jetzt einmal zurück, dann nehme ich die Straße, ich muss sagen, der kommt jetzt schwer auf dem Fleck, also der hat jetzt echt gut zum Durchhaben, oder Tempo, Marden, nein, ich habe schon mal rumlegt, losgegangen, was jetzt gewesen wäre, vorbei, da fahre, Entschuldigung, ich glaube, wurscht, da kriegt er auch rein, aber, bevor ich mich da 100 Mal fahre, ich hätte gesagt, man macht schon einen Timelapse, keine Milch, by the way, hat ein ziemlich neues rausgehalten, hat mir Spaß, es ist immer die ganze Fails, wo ich zusammen fahre, aber, wenn es dort ein bisschen abgebildet wird, geht er auch ein bisschen, ein bisschen rausgekaden, ich sage, wie immer, geschwährend, äh, Sunmay, äh, Sunmay ist vor allem Timelapse, ja, nach dem Timelapse, sehen wir uns wieder ein bisschen später, ja, kleine Anmerkung aus dem Schnitt, und zwar, die Timelapse, hat es jetzt aufgenommen, war mir natürlich ein klassischer Montag, haben wir irgendwie verpeilt, das aufzunehmen, das nächste Mal dann wieder mit Timelapse, ja, jetzt weiterhin, viel Spaß bei dem Video, so, wieder back am Stüssel, ja, jetzt so eine Timelapse, sehr, die Fahrt, ach, ging, finde ich eigentlich recht fit, da gab es schon wildere Szene, ich lasse es mal über den Konz, hier abtanken, jetzt kommen wir mal wieder aufs Feld, hier das, voll, jetzt können wir den wieder abtanken, oh, da geht es weiter, warte, ich habe jetzt auch den Helfer so eingestellt, dass es ein bisschen intelligent ist, mit dem Standard-Helfer, kann man eben das Kippen machen, ja, auch hier ganz gute Sache, und dann schafft er ein bisschen exakter, da bleibt ihr zu viel Getreide in den ersten Ständen, genau, ja, ja, lädt die Tangeln mal schnell ab, geht jetzt sagen, wir sind auf was, wie am Ende vom Video hergekommen, wenn euch das Video gefallen hat, dann ist es sehr über Like, vorher aktiviert, um keine Videos mehr zu passen, schaut auch unten in die Videobeschreibung vorbei, da schaust es für linken, Trients, Partner, ich verlinke, genau, G-Portal, Partner, Bini, was richtig nice ist, ja, richtig geil, auf jeden Fall, ja, bis zum nächsten Video, ciao, macht's gut.